Am 13. Juni möchten Dreckkünstler in der Münchner Stadtbibliothek Bogenhausen mit Kindern ab vier Jahren über Jungs in Kleidern und Prinzessinnen mit ihrem eigenen Willen sprechen. Wir reden hier von Menschen, deren sexueller Fetisch Kinder präsentiert wird, die in der Entwicklung ihres Lebens stehen. Es ist abartig, solche Veranstaltungen zu tolerieren. Wenn Menschen ihren Fetisch ausleben möchten, dann sollen sie es im privaten Umfeld. Kinder damit zu belasten, ist ekelhaft und, wie der Titel dieses kurzen Videos belegt, abartig. Dass die kranke Ideologie einiger Menschen ein Land beeinflusst, kennen wir aus dem aktuellen politischen Geschehen.